Ach Gott, ging mal's mies gestern. Das war brutal. Oh, jetzt noch eine dritte Kugel. Komm schon. Komm schon, Merlin. Gleich mal zu Anfang. Jawohl. Mörf. Mörf, wir haben die drei Kugeln. Angelo, danke, servus. Grüß dich, mein Lieber. Da haben wir mal den weißen Drachen. Wunderschön. Wunderschön. Schönes Premium-Symbol. Was ist denn hier los? Grüß dich, Anno. So, Leute, sorry nochmal für gestern. Konnte leider nicht streamen. Mir ging's richtig dreckig. Ich war richtig... Also, noch ein bisschen was gefehlt, dann wär ich gestorben. Mörf. Bam direkt drin, Junge. So ist es, Anno. Schauen wir mal, ob wir noch eine dritte Kugel kriegen hier, um zu verlängern. Das wär doch fein. Ah, war wenigstens dreimal weißer Drache hier. Super. Geil, das schmeckt doch mal. Das schmeckt doch mal hier im zweiten Spin direkt. Der Jimmy hat mir schon zugeflüchtet und hat gesagt, du gehst gleich in Merlin rein. Ich sag, okay, du hast dir den Namen Jackpot Jimmy nicht umsonst verdient. Drei Verlängerungen wär's super, Anno. Oh. Wisch. Nix Halbes, nix Ganzes. Jetzt aber. Ai, 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 ai. Erste Zweifelwalze schon angefangen da. Und dann sowas. Letzter Spin. Komm, schon noch eine dritte Kugel. Jawohl, jawohl. Verlängert im letzten Spin hier. Leute, Leute, Agent, was geht, Bro? Alles fit bei dir? Schön, dass du auch rein bist, Mann. Oh, der rote Drache noch dazu. Alter. Alter, das geht ja. Alleweil geht's los. Nochmal zwei weiße Drachen hier. Schade. Dritte Kugel haben wir nicht gekriegt. Jetzt mal gucken. Anno Nummer eins, sagt er. Schauen wir mal, wann die Nummer zwei dran ist. Zweimal rote Drache. Weiter geht's. Nächster Spin. Nochmal zweimal rote Drache. Fünf Spins haben wir noch. Fünf Spins haben wir noch übrig. Oh. Das hat jetzt gekracht, Alter. Ich hab schon halber gedacht. Der macht jetzt alles voll. Das wär's gewesen, ja. Das wär's gewesen. Ach gut, noch ein bisschen Schnupper hab ich auf jeden Fall. Die Gelenkschmerzen und alles sind fort. Komm, schon noch eine dritte Kugel. Oh, dreimal weißer Drache schon. Oh, der vierte ist durchgerutscht. Eine Kugel noch. Ja, ja, verlängert. Geil. Geil, geil, geil. Ich freu mich. Super. Super, super, super. Feine Sache. Und 200 Euro schon auf der Uhr stehe. Geil. Nummer zwei sagt er. Was kriegen wir jetzt? Queen. Weiter geht's. Oh, direkt nochmal verlängern. Direkt nochmal verlängern. Direkt. Komm schon. Komm schon. Vier Queens. Durchgerutscht. Jetzt werde ich schon so Vollbild-Queens hier. Geil. Geil. Glücksgefühle, Murph. Glücksgefühle. Ach Gott, ach Gott. Ach Gott, ach Gott. Das sieht doch mal sauber aus. Die dritte Kugel ist leider durchgerutscht. Habt ihr das gesehen? Und noch zweimal roter Drache. Nehmen wir mit. Weiter geht's. Zweimal der weiße. Komm schon, noch die dritte Kugel. Ja. Ja. Nochmal verlängert. Amel. Dein Wort in Gottes Ohren, Bro. Mit Ansage. Der Kerl ist die Nummer eins. Streamst du nicht mehr auf Twitch, Digga? Nein, Argent. Nur noch auf Facebook, Bruderherz. Ich hoffe, du bist genau aus diesem Grund hier aufgetaucht. Jetzt schauen wir mal. Jacks haben wir jetzt noch dazu gekriegt. Was geht hier ab? Was geht hier ab? Machen wir alle Symbole auf, oder was? Nochmal zweimal den weißen. Weiter geht's. Komm. Dreier Jack. Zweimal weißer Drache. Goldene Drache voll. Das wäre natürlich brutal. Oder der Rote wäre auch brutal, Bro. Der Rote wäre krank. Oh, vierer roter Drache. Vierer roter Drache. Ach, du Scheiße. Ach, du Scheiße. Ach, du Scheiße. Bro, bro, bro. Krank. 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 Der macht ja hier weiter ohne Ende. Wahnsinn. Wahnsinn. Nochmal vierer Jack auch noch dazu. Das gibt's doch gar nicht, Alter. Ich fall vom Hocker. Ich fall vom Hocker. Nochmal dreier Queens hier. Unglaublich. Na komm schon. Kapiert gar nichts mehr, Süchter. Alter. Guck da unten die Coins an, Mann. Ist jetzt über 1000 Euro schon, was man da mitgenommen habe. Kapiert gar nichts mehr, kannst drauf gehen. Schade, der hätte noch eine dritte Kugel gekriegt. Das wäre noch geil gewesen, hätte er jetzt verlängert. Das wäre stabil gewesen. Aber Verlängerungen müssen wir noch, eine Verlängerung müssen wir auf jeden Fall noch schnappen, Manners. Vier Mal, vier Symbole haben wir jetzt schon, also dreimal verlängert hat er. Ich hoffe, wir kriegen noch eine Verlängerung. Ich hoffe es sehr. Ah. Zweimal roter, zweimal weißer, dreimal Jacks. Jo, ist schon gut. Ist schon in Ordnung. Komm schon. Mann, 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 Mann. Verlänger. Nochmal vierer Jack hier. Nochmal vierer Jack. Letzte zwei Spins haben wir noch vor uns, Manners. Nochmal dreier Jack hier. Und der letzte Spin. Komm schon. Mann, Alter. Das wäre es gewesen, hätte er jetzt noch mal verlängert im letzten Spin. Wahnsinn, Herr. Leute. Brutal. Brutal. Wahnsinn. 600, ach so, das sind 662 Euro. Jetzt haben wir es. Wir haben ja noch den Münzwert runtergestuft. Ich habe schon gedacht, es war 1200, aber 600 Euro war es. Ach, du lieber Himmel. Wir haben ja noch den Debatten. Wir haben ja noch mal die Marke.